Grieche ist ein rotes Gleicht. Wo ist die Gleicht? Ja, ich denke, dass wir gleich dort gewissen sind. Nur in einigen Jahren. 2000. Weil es diesen richtigen Momenten gibt. 2000. Ach so. Aber vielleicht ist ein anderer Grieche nicht. Ich weiß gar nicht, welche Grieche wir hängen. Das war, äh, ich denke nicht. Ach so, nee, das ist ein anderer Grieche. Wir gehen zum anderen jetzt. Aber hier können wir auch hier fahren. Links. Äh, die eigentlich noch, äh, noch weiter weg. Da, äh, habe ich früher gewohnt. Da habe ich früher gewohnt. Noch in meiner Wohnung kam. Ja. Aber ich habe auch, äh, gekriegt. Ja. Aha. Ach so, eins, ich glaube. Ja, ja, ja. Ja. Ach so, ja. Besser. Besser, ne? Besser, ne? Ja. Wer hat, wer hat gefahren von euch? Ja. 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 Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020